Bhagavad Gita, Vers 2.71 Nur wer alle Verlangen nach Befriedigung des Sinne aufgegeben hat, frei von Begierden ist, keinen Anspruch auf Besitz erhebt und ohne falsches Ich ist, kann wirklichen Frieden erlangen. Erklärung Frei von Verlangen zu sein bedeutet, nichts mehr für die Befriedigung der eigenen Sinne zu begehren. Mit anderen Worten, sich zu wünschen, Krishna bewusst zu werden, ist wahre Wunschlosigkeit. Wer seine wirkliche Position als ewiger Diener Krishnas versteht, sich nicht länger fälschlich mit dem materiellen Körper identifiziert und jeden falschen Besitzanspruch in dieser Welt aufgibt, befindet sich auf der vollkommenen Ebene des Krishna-Bewusstseins. Wer in diesem Bewusstsein fest verankert ist, weiß, dass alles Krishna gehört und dass daher alles zu seiner Zufriedenstellung verwendet werden muss. Arjuna weigerte sich zu kämpfen, weil er seine eigenen Sinne befriedigen wollte. Doch als er völlig Krishna bewusst wurde, kämpfte er, weil Krishna es von ihm verlangte. Er selbst hatte kein Verlangen zu kämpfen, aber für Krishna kämpfte der gleiche Arjuna so gut, wie es in seinen Kräften stand. Das Verlangen, Krishna zufriedenzustellen, bedeutet, wirklich ohne Verlangen zu sein. Es ist kein künstlicher Versuch, Verlangen aufzugeben. Das Lebewesen kann niemals ohne Verlangen oder ohne seines Sinnes sein. Es muss jedoch das Objekt seines Begehrens wechseln. Ein Mensch, der kein materielles Verlangen mehr hat, weiß genau, dass alles Krishna gehört. Und daher beansprucht er nichts für sich selbst. Dieses transzentale Wissen gründet in Selbstverwirklichung. Es bedeutet, vollständig zu verstehen, dass jedes Lebewesen in seiner wirklichen spirituellen Identität ein ewiges Bestandteil Krishnas ist und sich daher niemals in der gleichen Position wie Krishna befinden kann. Und auch nicht größer sein kann als er. Diese Erkenntnis im Krishna-Bewusstsein bildet die Grundlage wahren Friedens.